hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren guide zu metro exodus und zwar geht es wieder um die sammelobjekte diesmal sind wir im level herbst angekommen und wie immer bei den jahreszeiten gibt es auch nur ein sammelobjekt hier da vorne sehen wir es schon neben dieser kaffeemaschine kann man das ganz leicht durchscheinen sehen können wir aber momentan noch nicht hin wir müssen also auch erst hier wieder so leicht der story folgen sprich wir sollen vorne in der lockte besprechung erscheinen und nach der besprechung haben wir dann auch die möglichkeit ja das sammelobjekt einzusammeln katjas notiz ist das einzige wieder hier in dem level ist also quick und dirty abgefrühstückt und das schöne es ist dann auch schon der vorletzte guide mit sammelobjekten denn nur noch ein level kommt hinten dran wir müssen jetzt kurz hier warten bis wir aufgefordert werden platz zu nehmen dann werden wir uns kurz hinsetzen so ein kollege hat sich hingesetzt wir setzen uns hin dann kommen gut ein paar minuten story denke ich mal die es dort sind wo wir uns über die zukunft unterhalten wie es weitergehen soll sehr interessanter dialog wieder muss man auch sagen und wenn wir dann fertig sind dann können wir hier runter können zurück und können dann auch gleich geradeaus durchgehen zum sammelobjekt mehr ist hier nicht zu tun nur vergessen sollte man es nicht im notfall kann man es ja immer noch wiederholen über die kapitel auswahl ich hoffe das kleine video hat euch gefallen wie geholfen und sie ihr habt einen daumen nach oben da gelassen darüber würde ich mich sehr freuen abonniert natürlich auch gerne den kanal dann verpasst ihr mit locker aktiv nichts neues ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer kudi